Ich lese jetzt einen Satz vor, oder ein kurzes Statement, das in der nächsten Ausgabe auf die vierte Seite kommt. Und zwar, ich weiß nicht, wer von Ihnen Domian kennt. Domian guckt, ja? Sie gucken lieber öffentlich-rechtlich statt RTL? Radio. Radio, okay, gut. Also ich kenne Domian auch nur vom Hörensagen, wo ich in Köln groß geworden bin, oder groß geworden wurde, wie die Kölner sagen. Und ich finde er eine der unsympathischsten Gestalten im deutschen Mediengeschäft. Ich würde lieber mit Claudia Roth in die Sauna, als mit Domian ins Café gehen. Ja, so tief kann man sinken. Also Domian, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das ist eine Radiosendung, die im Fernsehen übertragen wird, im WDR 3, glaube ich. Der sitzt da, WDR 1? Wirklich? Echt? In der RRD? Aber nicht in der RRD, sondern im WDR Fernsehen. Im WDR 3. WDR 3, also egal. Jedenfalls öffentlich-rechtlich. Freuen Sie sich, dass es mit Ihrem Gebührenbeitrag passiert, oder mit Ihrem Demokratiebeitrag. Es ist aber nachts. Ja, ja, ich bitte Sie, die meisten Krieger fangen nachts an. Ich meine, das macht es doch nicht weniges schlimm. Aber es ist sehr spät, Sie haben recht. Zu der Zeit bin ich dann nicht mehr auf RTL 2, sondern weil mir dann RTL 2, im RTL ist mir dann mit Alexander Kluge schon zu anspruchsvoll. Ich schalte dann um auf RTL 2. Das ist noch richtig gutes Fernsehen. Also jedenfalls Domian sitzt da, hat so Kopfhörer um die Ohren, und das rufen Leute an und er berät sie dann. Erstmal habe ich eine unglaubliche Abnahme gegen Leute, die davon leben, anderen zu sagen, was für die gut ist. Ich habe das immer in meinem Leben abgelehnt. Wenn meine Eltern zu mir sagten, wir wollen doch nur dein Bestes, sagte ich, gerade das will ich euch nicht geben. Damit war die Debatte vorbei. Aber Leute, so professionelle Berater, ich finde das grauenhaft, wirklich. Ich stelle mir vor, so einen Mann, verstehen Sie, der hat Blähungen, und seine Frau geht fremd, und der Nachbar pinkelt in seinen Garten, und der Hund ist gerade gestorben, und die Tochter geht auf den Strich, der Sohn ist durchs Abitur gefallen. Aber er setzt sich da hin und sagt mir, was ich tun sollte. Das ist schon sehr gewagt alles. Also Domian sitzt da und berät Leute, und dann rufen so Leute an und sagen, Domian, ich habe ein Problem, ich habe mich in meine Schwiegermutter verliebt, wie soll ich es meiner Frau beibringen, oder so. Nein, im Ernst, das sind so Geschichten, nicht? Oder Domian, ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet, und habe jetzt entdeckt, dass ich doch eher auf Jungs stehe. Also, unglaubliche Geschichten. Ich halte das meiste für gefakt. Ich glaube, da sind Leute angestellt, die gerade aus dem Brauchhaus Sion in Köln kommen, und ein paar Kölns zu viel getrunken haben, die rufen dann bei Domian an. Die landen aber ein bisschen. Bitte? Die landen aber ein bisschen. Die landen alle ein bisschen, genau. Das war mein Verdacht, ja. Das ist ein äschter Kölner, für 5 Euro tut er alles, nicht? Das geht einem schon? Das sagen sie. Ja, das sagen sie, ja. Aber egal, gefakt oder nicht. Und dann hat Domian aber eines Tages, hat er plötzlich ein politisches Statement abgegeben. Irgendein Leser, Hörer rief ihn an und sagte, er habe ein Problem damit, wie die israelische Regierung mit Gaza verfährt. Und daraufhin sagte Domian Folgendes. Ich lese das jetzt mal wörtlich vor. Weil ich finde das so großartig. Das ist das ganze Drama in einer Nussschale. Alles, was Sie über die deutsche Befindlichkeit und die Haltung zu Israel wissen müssen, ist in diesen 10 Zeilen enthalten. Domian, ich gebe dir da völlig recht. Ich möchte auch nicht als Deutscher, und schon gar nicht meine Generation, und die Jungen schon überhaupt nicht, auf die Vergangenheit reduziert werden. Und ich nehme mir auch absolut das Recht heraus, die israelische Regierung zu kritisieren, und würde mich massiv verwahren gegen das, das antisemitisch ist. Wenn ich eine Regierung kritisiere, kritisiere ich nicht das Kulturvolk der Juden. Das ist doch völliger Unsinn. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass tendenziell in unseren Medien zu israelfreundlich berichtet wird, und dass das Leid, was innerhalb der Palästinenser oder innerhalb des palästinensischen Staates passiert, dass das gar nicht so transportiert wird, wie es eigentlich sein müsste. Das sehe ich auch so. Und ich reagiere da auch wirklich aggressiv, wenn man immer dann mit unserer Vergangenheit ankommt. Ja, die Vergangenheit ist schlimm. Dazu bekennen wir uns. Das akzeptieren wir. Aber wir werden deshalb nicht mundtote Bürger, und wir wollen uns äußern zu allen Dingen auf dieser Welt, so auch zu der Politik Israels. Da kann man sagen, glücklicher Mensch, er hat sonst keine Probleme. Er hat sonst keine Probleme. Er hat auch kein Problem mit Syrien oder mit anderen Kleinigkeiten am Rande des Weltgeschehens. Seine Vollendung, seine Existenz als Deutscher liegt darin, sich zu Israel äußern wollen, mögen, müssen, können, zu dürfen. So, das ist einfach krank. Das ist einfach krank, auch wenn es völlig normal und gewöhnlich ist. Und das ist so der Rohstoff, aus dem meine Geschichten entstehen. Ich danke Ihnen.